So schnell? Ah, wer ihr unbeugsam, Gallier. Ich weiß nicht, ob ihr euch an mich erinnert. Ich bin Marcus Ecus. Ah, aber ja doch. Erinnerst du dich, Obelix? Er hatte damals lange Haare. Das sagt mir gar nichts. Die Römer sehen alle gleich aus Asterix. Kennst du einen, kennst du alle. Wie auch immer, Gallier. Ihr solltet nur wissen, dass ihr Rom nicht daran hindern werdet, in Thule einzumarschieren. Lasst den Hinkelstein los. Ihr seid festgenommen. Asterix, sag. Darf ich freundlich zu diesen Römern sein? Das wollte ich dir gerade vorschlagen, mein lieber Obelix. Ui. Du bist dran, Asterix. Glaubt ihr etwa, dass ihr mir mit eurem Hinkelstein Angst macht? Kommt näher! Dann werden wir ja sehen! Siehst du, Asterix? Er bittet uns förmlich darum. Nichts, du dicker! Ich spreche mit dem Knirps! Dick? Wer ist hier dick? Es tut mir leid, Obelix. Anscheinend zieht dieser Herr meinen höflichen Umgang dem Deinen vor. Das wäre geschafft! Wir haben das Fragment! Gehen wir zum Boot von Epidemais zurück! Dann können wir so ein Lager eintreten. Hä? Hallo ihr Fremde, hört meine Angst vor dem Tor. Eines Tages, als er verschwann, heult Tor und Lies uns. Meine Fremde hatte Angst vor den Blitzen von Tors und froh. Kein Wort mehr, Hopplink. Wir gehen sofort zu suchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Nein! Versuche jetzt einfach, das Ausrufseiten zum nächsten Ausrufseiten zu bringen. Ich danke euch! Ohne euch wäre meine Freundin immer noch bei dem Unterwetter ausgesetzt. Okay. Äh, was ist noch ein Zahn? Hier sieht es so was zu suchen. Wir machen das jetzt nochmal. Also, ganz nur ein Joke, also in Zelda hätten wir hier schon die Hühnerplage gekriegt. Also bei Ocarina of Time. recommendations. Lasst uns. Nein! ... ... ... ... ... Zum Glück ist das Finnchen mitgekommen. Oh Alter, diesmal ist das Finnchen ein bisschen doof. Willkommen zurück, Geier. Ein paar Freunde haben sich verlassen. Könnt ihr ihr Fässer bringen? Könnt ihr aus, Obelix? Okay, wir müssen da lang. Ich versuche es nur einmal, einmal perfekt, dann haben wir es hinter uns. So, aber wir haben jetzt Zeit dabei. So, jetzt rüber, jetzt zur Seite. Jetzt weiter. So, jetzt nach da. Hm. Jetzt hier oben lang. Jetzt runter. Jetzt nach da. Scheiße, 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 scheiße. Okay, passt. Passt, 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 passt. So, das ist jetzt ein bisschen tricky. Wir müssen jetzt laufen. Und rüber. Okay, easy. Easy doing. Hier. Jetzt. Jetzt. Bist du sicher, dass hier Leute wohnen? Asterix. Na gut, hier haben sie Fässer versteckt. Jetzt können wir jetzt so eine Konziden-Party veranstalten. Dann können wir seine Fässer gesetzt haben, schließen dich die römischen Zelten. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so viele Zelte ist. Das wird kein Spaß. Obelix die Kloppe? Ja. Dann können wir das Abreißen. Lass uns loslegen. Jetzt ist die Frage, ist das eine Zeitaufgabe oder nicht? Ja. Du bist dran, Obelix. Oder die sferts? Er ist ein Obelix. Das ist ein Obelix. Er ist ein Obelix. Das ist alles. Das ist so. nein scheiße nein 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 zwei Seltet, zwei Seltet, zwei Seltet hä? da oben ist noch einer eins hält nein ach nee, wo ist denn das Helt? da unten in der letzten Sekunde danke für eure Hilfe so viel Römer haben wir getränkt alle Seltet, was es stört ja, dann haben wir es echt hier geschafft so, mitnehmen ja, nichts ähm, wie war das Menu? Nähmission 100%, also wir haben erst alle Nähmissionen, lag 0% müssen wir da eintreten, ach so, okay, das ist das, was wir jetzt machen müssen ja, Reise die Reise ist aktuell gesperrt Axtrex, Noplex und Hinkelstern, Hinkelstern haben wir den Frostding B und Y, okay Loll, wirklich? komisch ich weiß nicht mehr, ob wir das jetzt machen müssen, diese Stampfattacke weil die war eigentlich relativ cool der war wirklich cool also, aber wo müssen wir lang? okay, andere Richtung gewesen nein Lassen wir sie nicht warten ach Du bist dran, Obelix! Ah! Okay, jetzt verstehe ich. Mit X kann man das auswählen, was man machen will. Du bist dran, Asterix! Du bist dran, Obelix! Hm. Hmm. Hmm. Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Ah. Ich will für so etwas zunübeln Also die Steuerung ist immer noch ein bisschen tricky bei mir Mitnehmen Immer noch ein bisschen tricky Mitnehmen So, yes, ähm, bam, bam Nein So Wir müssen ein bisschen aufpassen auf unseren Leben Wir haben jetzt nur noch dreieinhalb Ja, das weiß ich Dann werde ich mal hier rein Okay 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 Oh Mitnehmen und mitnehmen Alp Oh, da ist was zu essen Hm Engagez vous, engagez vous, qui disait Oh jejeje So, hier ist nichts mehr Aber wir müssen irgendwie hochgehen Hier verstecken So Da ist noch ein Pumpschützer Oh 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 Mann 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 Ich bin für so etwas zu müde Ich bin für so etwas zu müde Ich bin für so etwas zu müde Ja Mr So. Jeder eins vergessen. Ich bin für so etwas zu müde. Ui. Warte, Axelix. So, hier runter. So, er ist hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch und pop hier durch. Hm, wie kann man da hoch? Hier kann man runter. So. Ich bin für so etwas zu müde. So. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So. Ich hab ja echt zu bessere Orientierung verloren hier müssen. So, geringfügig. So, da unten waren wir, da waren wir noch nicht. So. 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 Okay. Hier waren wir. Aber um waren wir noch nicht. Okay. wie kann man dann hier hoch kommen wir hier lang und hier runter und dann hier lang gehen ganz easy alle wurscht okay axx Ok, andersrum. Hm, wie kann man da hoch? Hier lang, hier lang, hier lang. Mann. Hm, schade. Hm, warte mal, wenn ich das jetzt so mache... ...müsste ich jetzt hier wo drauf fallen. Also wenn ich das treffe. Nein. Einmal versuchen. Hm, schade. Schade, schade, schade. Joa, sieht bisschen kaputt aus. Hm. 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 Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Da waren wir auch drinnen. Dann können wir hier runter gehen. Und in diesem Bereich. Kann ich jetzt mal pliieren. Oh. Du bist dran, Obelix. Ich bin für so etwas zu müde. Ich bin für so etwas zu müde. Ich bin für so etwas zu müde. Oh. Hm. Hm. Ich bin für so etwas zu müde. so hmm na 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 oh hmm schade wir will noch da oben schon sieht so danach aus außer da oben da kommen wir dann da runter hier konnten wir nicht hoch nein 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 einmal noch ok geht nicht leider geht es nicht so wohin geht es jetzt hier lang zum nächsten steaks wie geht es nach oben dann würde ich sagen wir gehen jetzt mal einfach zu die tür da habe ich auch schon aufgemacht ok 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 so, mitnehmen, mitnehmen hier unten war nichts oder? ne, unten war nichts mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen fertig, fertig, fertig nichts ist tot sag Asterix, können wir das noch einmal machen? ausgelöhnte Alarm mit 10 Stück ich habe gewonnen, jetzt heißt es schlecht passt also, fast lieber geschafft so, hier ist das Ende des Let's Play im nächsten Tag geht es weiter und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und ich noch nicht gemacht habt dann versucht mich einfach bei Twitch lasst mir ein Follower, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung wenn ich wieder live gehe und wir sehen uns im nächsten Let's Play Bis dann, ciao, ciao